Pandora, zu deutsch Allgeberin oder Allbegabte, ist in der griechischen Mythologie eine von einem Gott aus Lehm geschaffene Frau. Als ein schönes Übel beschreibt Hesiod die Pandora. Von dem Götterboten Hermes wird sie zu Epimetheus gebracht, einschließlich der unheilvollen Büchse der Pandora. Und um Pandora und diese Büchse soll es heute gehen. Die Flüche, die in der Büchse sind, haben meine Enkelkinder zusammengetragen. Für mich stellt das ganz klar die Seuche dar, weil ich finde durch den Helm, also nach der langen Corona-Pandemie, da sind wir auch sehr lange mit Maske rumgelaufen und diese Ente trägt auch eine Maske. Außerdem finde ich das irgendwie verdeutlicht, wie man sich von der Außenwelt abschottet. Und das war ja auch schon bei vielen Seuchen, wie zum Beispiel der Pest so. Und hier unten ganz tief steckt der Neid. Und zwar dachten wir, das könnte sehr gut zum Neid passen. Und die meisten Leute werden ja nur neidisch, weil sie mit sich selber nicht so zufrieden sind. Zum Beispiel wenn Leute sagen, du bist fett oder so, dann meistens mögen die sich selber gar nicht so gerne und haben Probleme mit sich selber. Diese Ente stellt für mich den Tod dar, da der Tod häufig als dunkle oder schwarze Gestalt dargestellt wird. Also dieses Schaf, beziehungsweise diese Ente, stellt für mich Diskriminierung dar. Manche Personen werden diskriminiert wegen ihres Aussehen, weil sie anders als andere aussehen. Und das ist eigentlich was Gutes, da nicht jeder sollte gleich aussehen und jeder sollte sich wohlfühlen, wer er ist und wie er ist. Diese Ente stellt für mich Hierarchie dar, da Hierarchie ja bedeutet, dass man etwas im Überfluss hat und manche Personen höher gestellt sind als andere. Und diese Ente sieht für mich so aus. Als letztes haben wir die Hoffnung. Die Hoffnung ist eigentlich kein Fluch, sondern das Gute. Also die ist gelb und hat einen orangenen Schnabel und blaue Augen. Also meine Enkelkinder, ich möchte, dass alle selbstbewusst und stark durchs Leben gehen und sich auch den Schwierigkeiten stellen und immer weitergehen und sich darüber im Klaren sind, dass es hier etwas Wichtiges zu lernen gibt auf dieser Erde. Trotz all dieser vielen Flüche. Ja.